Ihr seid bei Loke's Team, dem Pick-up-Special gelassen. 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 gut also mein lieben es ist jetzt nicht nur irgendwie also irgendein interview mit irgendeiner band sondern sozusagen mit vorreitern einer jugendbewegung mit der mit der sesamstraßen kombo bertrache vielleicht stellt euch erst mal wie üblich vor ein president pbert and you're watching fb ich bin engelbecken ich bin marbert wc gerügel und ich bin schon seit zehn jahren in deutschland ich spreke total gut hallo hier ist reverend koberg werdet mitglied in der bewegten bärtbewegung womit wir gleich das stichwort haben bewegte bärtbewegung diese band hat sozusagen also ist die inkarnation von der bewegten bärtbewegung sie hat mittlerweile mehr mitglieder als jeder jugendverband in deutschland vielleicht könnte noch mal ganz kurz sagen wie kann oder was kann ein brandenburger ein berliner jugendlicher machen um bei eurer bewegung beizutreten wo soll er hinschreiben was muss dafür bedingungen erfüllen jeder brandenburger und berliner jugendliche weiß was zu tun ist weil er täglich fernsehen fern sieht täglich das unheil in der sesamstraße sie täglich sieht wie bert von erne gepeinigt wird und das nicht mehr länger mit anschauen will und deshalb sendet brandenburger und berliner neuen mark in briefmarken an mein freund wert wc gerüchler tucholsky straße 30 postleitzahlen buch und werdet glücklich denn ihr erhältet ein paar augenbrauen polyester haarbüschel und ein nein ein haarbüschel aus polyester und polyacrylaugenbrauen echt schwarz dankeschön außerdem noch 23 gebote zum befolgen und es gibt tolle rabatte für mukovizidose kranke ich steig in meinem hämmelbett spiel mal was mit mir ich spiel mit meinen kuhn spiel mal was mit mir doch ohne dich mach's halt mit spas spiel mal was mit mir weil ich so geile spiel mal was mit mir spiel mal was mit mir Die Nadel ist schon ganz verdrengt. Ich weiß nicht, ein bisschen Spaß. Kommt's mir, ich rufe dich nach. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Wenn du mich gehst, hast du Spaß. Ich weiß nicht, was du fühlst. Er hat sich battert durch die Welt. Er hat sich battert durch die Welt. Geld anwand und alle Zeugen. Dann macht er plötzlich ein Geräusch. Er macht nur Die Kacke feste Weine zurück Und dafür schrieb er los von Glück Könnt ihr da sehen, ob die noch hohen In unserem Haus als Zageborn Er macht nur Jeder weiß, wer hart ist Jeder weiß, wer hart ist Jeder weiß, wer hart ist Der fisse Kommt ihm ein Mädchen zu vezes Sag' dir ja ich flille, liebe dich. Sie sind sofort in ihm verknallt und wenn die so verdammt, dann halt bald. Er macht nur Bababa Da kam die Jungsler von TV Die wollten sehen und zwar genau Schau mal der Junge, was gesagt Bekam ja Aussehen in VГzaht Er macht nur Bababa 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 Wotabababab E를 totdatatataa Eri totdatatataa Eri totdatatataa Eder feiterad eit bist Eder feiterad eit bist Eifa-t attrib Eifa-t attrib Eifa-t attrib Wir hören uns nicht mal die Stemmabflühe Er genug von einem Duo Nummer mit Ritzke Küche grenade Ich mag nur noch, dass du da wirst. Er macht du... Jeder weiß der, den wir, jeder weiß der, den wir, 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 die wir, den wir, den wir, den wir, den wir. Wie Sie vielleicht drum gesprochen haben dürfte, sind in diesem Herbst ganz kurz, ganz kurz, in diesem Herbst sind Berliner Wahlen und in Zeiten der gesellschaftlichen Umbrüche und der Orientierungslosigkeit der Bürgerinnen und Bürger in Berlin und Brandenburg ist es wichtig, dass es wirklich neue impulse für die politik gibt stimmt es dass ihr zu den wahren antreten wollte also mit dieser sesamstraßen partei oder ist es ein gerücht eine große qual bekämpfen wir international das erinnert wirklich an alte zeiten das lässt mein herz höher schlagen jetzt vielleicht wir kommen nicht drum herum ihr müsst jetzt noch das sesamstraßen lied singen sonst läuft überhaupt gar nichts in der sendung also ganz kurz gibt ja allen bands kokain damit die lustiger drauf sind nein also sagen wir so es gibt kaum eine band die so überzeugend so überzeugend auftritt wie ihr und und so ehrliche antworten geben ist es überhaupt also bei euch nicht notwendig wer wie was wieso weshalb warum wer nicht wach bleibt um der wie das wer wie was wieso weshalb warum wer nicht wach bleibt um das ist der slag und das ist der beat den die berliner und die brandenburger jugendlichen schon immer hören wollten herzlichen dank für euer wirklich sehr auskunftsreiches interview ein noch ganz kurz umgebt eure kohle für berg für die welt das tut mir wie Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Go! Go! Go!